Sie hören Teil 3 von 3 von dem Artikel Ludwig Feuerbach aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 16. Januar 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Teil 3 von 3 beschäftigt sich mit Ludwig Feuerbachs Wirkung auf seine Zeitgenossen und die Nachwelt. Da Ludwig Feuerbach sich schon früh von der universitären Philosophie distanzierte, hat es nie eine oder nie die Feuerbachschule gegeben. Im 19. Jahrhundert orientierten sich allerdings Eduard Zeller und Kuno Fischer, obwohl Hegelianer bzw. Kantianer, an Feuerbachs Philosophiegeschichtsschreibung und entwickelten sie weiter. Zeller, also Eduard Zeller, näherte sich auch in der Religionsphilosophie den Auffassungen Feuerbachs an. Rudolf Heim begrüßte für Feuerbachs kritische Leistung, schreckte jedoch vor den religionskritischen Konsequenzen zurück. Er widmete trotzdem Feuerbach eine seiner ersten Schriften. Wirkung auf Zeitgenossen und Nachwelt Karl Marx Den bedeutendsten und direktesten Einfluss übte Feuerbach auf die Herausbildung der marxischen Philosophie aus. Marx übernahm von ihm nicht nur die Religionskritik, sondern auch vor allem den anthropologischen Materialismus. Dieser war für ihn die theoretische Grundlage, hinter die nicht zurückgeschritten werden durfte. Explizit bezeugen dies die ökonomisch-philosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844, wo es in der Vorrede heißt, Von Feuerbach datiert erst die positive humanistische und naturalistische Kritik. Je geräuschloser, desto sicherer, tiefer, umfangreicher und nachhaltiger ist die Wirkung der Schriften von Feuerbach. Die einzigen Schriften seit Hegels Phänomenologie und Logik, worin eine wirkliche theoretische Revolution enthalten ist. Auf dem Boden dieser theoretischen Revolution, die die materielle Wirklichkeit als die Primäre erklärt und damit die idealistische Philosophie vom Kopf auf die Füße stellt, steht auch noch das Kapital. Für Hegel ist der Denkprozess, den er sogar unter dem Namen Idee in ein selbstständiges Subjekt verwandelt, der Demiurg des Wirklichen, das nur seine äußere Erscheinung bildet. Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts anderes als das im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle. Den grundlegenden Unterschied deutet Marx bereits 1843 in einem Brief an Arnold Ruge an, wo er über Feuerbachs vorläufige Thesen zur Reformation der Philosophie schreibt. Feuerbachs Aphorismen sind mir nur in dem Punkte nicht recht, dass er zu sehr auf die Natur und zu wenig auf die Politik hinweist. Das ist aber das einzige Bündnis, wodurch die jetzige Philosophie eine Wahrheit werden kann. Doch wird's wohl gehen wie im 16. Jahrhundert, wo den Naturenthusiasten eine andere Reihe von Staatsenthusiasten entsprach. Für Marx ist das Bündnis mit der Politik entscheidend, denn für ihn geht es darum, die Welt zu verändern. Dieser Primat der Politik lässt ihn in kritischer Absetzung zu Feuerbach einen eigenen theoretischen Weg suchen, der sich in den Thesen über Feuerbach 1845 andeutet. Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus, den Feuerbachschen mit eingerechnet, ist, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird, nicht aber als sinnlich-menschliche Tätigkeit, Praxis nicht subjektiv. Das Wesen des Menschen interessiert nicht in seiner Naturgegebenheit, sondern als Ensemble der menschlichen Verhältnisse. Die praktische Konsequenz der Philosophie ist für Marx deshalb nicht wie für Feuerbach Anthropologie, sondern Kritik der Ökonomie und Umsturz der gesellschaftlichen Verhältnisse. Um die historischen Entwicklungsprozesse und die konkreten gesellschaftlichen Antagonismen zu beschreiben, greift er auf Konzepte Hegels für die Entfremdung der Arbeit und die Dialektik zurück. In der marxistischen Literatur herrschte bis vor wenigen Jahrzehnten die Tendenz vor, Feuerbachs Materialismus lediglich als fortgeschrittenste Stufe des vormarxischen Materialismus zu sehen. Entsprechend galt der marxische Materialismus als theoretisch höher entwickelt, während man Feuerbach vorwarf, er habe Wesentliches übersehen oder nicht zu leisten vermocht. Die verbreitete Aneignung der marxischen Perspektive verstellte den Blick für die Kernpunkte der Philosophie Feuerbachs, sodass von dieser oft nur Rudimente übrig blieben. Das im 20. Jahrhundert erworbene Wissen über die menschliche Psyche und die Humanbiologie einerseits, die vom tätigen Menschen an der Natur angerichteten Schäden andererseits, verschaffen in letzter Zeit Feuerbachs eindringlichem Wesen auf Natur und Sinnlichkeit eine neue Legitimität. So steht Feuerbachs anthropologischer Materialismus heute wohl gleichberechtigt, neben Marx historischem Materialismus. Wirkung auf Zeitgenossen und Nachwelt Max Stirner Stirners 1844 erschienenes Buch »Der Einzige und sein Eigentum« enthält geradezu programmatisch eine scharfe Kritik an Feuerbach. Seine Religionskritik sei immer noch fromm, es sei mit ihr nichts gewonnen, sie habe bloß das Göttliche außer uns zur Abwechslung einmal in uns verlegt. Das Jenseits außer uns sei zwar beseitigt, dafür sei das Jenseits in uns ein neuer Himmel geworden. Feuerbach las Stirners Kritik kurz nach dem Erscheinen und äußerte sich privat begeistert. Es sei ein höchst geistvolles und geniales Werk und der Autor der genialste und freieste Schriftsteller, den ich kennengelernt. Stirner gehe zwar viel der Annahme, der Mensch sei uns, Ideal, ein Gedanke, ein Gott im alten Sinne nur verlegt in den Menschen. Aber im Grunde sei das, was er wolle, nichts anderes als was wir wollen. Ich gebe ihm Recht bis auf eines, im Wesen trifft er mich nicht. In einer anonym veröffentlichten Replik führte er seine Abwehr von Stirners Kritik genauer aus. Stirners Duplik erschien umgehend und veranlasste wiederum Feuerbach seine Replik für die ab 1846 erschienene Gesamtausgabe seiner Werke um mehrere Seien zu erweitern. Damit war die Kontroverse beendet. Wirkung auf Zeitgenossen und Nachwelt Richard Wagner Wagner war etwa zehn Jahre lang ein glühender Feuerbach-Anhänger. Seine musiktheoretische Arbeit, das Kunstwerk der Zukunft, war Feuerbach gewidmet und enthielt eine Widmung an ihn. In den späteren Auflagen war sie getilgt. Ende 1851 lud der Feuerbach brieflich ein, zusammen mit ihm und Georg Herweg den Winter in der Schweiz zu verbringen. Doch Mitte der 1850er Jahre wandte sich Wagner Schopenhauer zu. Wirkung auf Zeitgenossen und Nachwelt Gottfried Keller Der Zürcher Dichter Gottfried Keller gehörte 1848-49 in Heidelberg zum Kreis um Feuerbach und löste sich unter seinem Einfluss vom Glauben an Gott und Unsterblichkeit, die er zuvor verteidigt hatte. In seinem autobiografischen Bildungsroman »Der grüne Heinrich« schilderte er die endgültige Hinwendung des Romanhelden zur Diesseitigkeit im Kapitel »Der gefrorene Christ«. Jetzt griff ich zu den eben in der Verbreitung begriffenen Werken des lebenden Philosophen, der nun diese Fragen in seiner klassisch monotonen, aber leidenschaftlichen Sprache dem allgemeinen Verständnisse zugänglich um und um wendete und gleich einem Zaubervogel, der in einsamem Busche sitzt, den Gott aus der Brust von Tausenden hinweg sang. Friedrich Nietzsche Nietzsche hatte sich in seiner Jugend die philosophische Bildung selbst angeeignet. Seine Lektüren waren entsprechend unsystematisch, aber Feuerbach zählte zu den gelesenen Autoren. Die Gedanken über Tod und Umsterblichkeit und das Wesen des Christentums standen sogar auf dem Wunschzettel zu seinem 17. Geburtstag. Mehrfach wurde in der Sekundärliteratur auf Parallelen zwischen Jugendschriften Nietzsches und Feuerbachs Philosophie hingewiesen. In den veröffentlichten Werken kommt diese allerdings nicht vor. Der reifere Nietzsche notierte Fichte, Schelling, Hegel, Schleiermache, Feuerbach, Strauß Alles Theologen Und Fichte, Schelling, Hegel, Feuerbach, Strauß Das stinkt alles nach Theologen und Kirchenvätern 20. Jahrhundert Bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts haben sich nur wenige Denker mit Feuerbachs Philosophie auseinandergesetzt. Karl Barth, Martin Buber, Karl Löwitt, Ernst Bloch Im traditionell akademischen Philosophiebetrieb wird Feuerbach eher gemieden. Sein Denken sperrt sich gegen die Fachterminologie, seine Ablehnung von philosophischen Systemen und seine essayistische, zeitweise thesenartige Schreibweise erschweren die Einordnung in Kategorien und haben ihn den Vorwurf eingebracht, hinter einen erreichten Stand der Begrifflichkeit zurückzufallen. Seit den späten 50er Jahren des 20. Jahrhunderts findet Feuerbach jedoch in der Fachphilosophie, zum Teil auch in einer breiten Öffentlichkeit, wieder mehr Aufmerksamkeit. 1987 wurde eine internationale Gesellschaft der Feuerbach-Forscher gegründet, die seither eine Reihe von Kongressen abgehalten und die Tagungsbände veröffentlicht hat. Seit 1667 werden Werke, Nachlass und Briefwechsel erstmals in philologisch verlässlicher Form neu herausgegeben. Werner Schuffenauer, der Herausgeber dieser Werksausgabe, hat auch Feuerbachs Biografie von Grund auf neu recherchiert und vor allem den Briefwechsel um hunderte von vordem unbekannten Dokumenten bereichert, wodurch sich das tradierte Feuerbach-Bild erheblich verändert hat. Vormärzbewegung Für die zu Beginn der 40er Jahre schon breiten oppositionellen Kräfte des Vormärz war Feuerbach so etwas wie die intellektuelle Leitfigur. Mit seinen aktuellen kritischen Beiträgen war Feuerbach neben David Friedrich Strauß, Arnold Roge und Bruno Bauer schon früh zu einem der Exponenten der linkshegelianischen Bewegung geworden. Vor allem das Wesen des Christentums hatte dann eine breiten Wirkung, wie philosophische Bücher sie nur selten erreichen. Es wurde weniger von Bildungsbürgern und Fachphilosophen gelesen als vom allgemeinen Publikum. Zumindest in liberalen intellektuellen Kreisen ließ es die bisher fast unangefochten Herrschaft der hegelischen Denkkategorien zusammenbrechen. Engels schrieb 1886 aus der Rückschau Feuerbach und die Politik Einer der Hauptpunkte der marxistischen Kritik betraf den unpolitischen Charakter von Feuerbachs Philosophie. Die Ergebnisse der neueren Feuerbach-Forschung berechtigen er zur gegenteiligen Feststellung. Schon in biografischer Hinsicht war, von Marx abgesehen, kein Philosoph des 19. Jahrhunderts so politisch und fortschrittlich gesinnt wie Feuerbach. Ihm fehlte sicherlich die Eignung zum politischen Aktivisten, doch die auffällig vielen Freundschaften mit Radikaldemokraten der Paulskirchenzeit und mit sozialistischen Agitatoren, ebenso wie die Verehrung, die er in der deutschen Sozialdemokratie genoss, das alles zeigt, dass in Feuerbachs Philosophie ein erhebliches politisches Potenzial steckte. Marx konstatierte in einem Brief an Feuerbach, sie haben, ich weiß nicht ob absichtlich, in diesen Schriften dem Sozialismus eine philosophische Grundlage gegeben und die Kommunisten haben diese Arbeiten auch sogleich in dieser Weise verstanden. Feuerbach misstraute freilich einer unmittelbaren politischen Umsetzung von philosophischen Theorien. Er erblickte zumindest im französischen Sozialismus gefährliche Tendenzen zum Fanatismus und Despotismus. Naturwissenschaftlicher Materialismus Einen indirekten, aber bedeutenden Einfluss hatte Feuerbachs Philosophie auf eine ganze Generation von Naturwissenschaftlern und Medizinern, die für die Erklärung des Naturgeschehens keine übernatürlichen Ursachen mehr gelten lassen wollten. Schon bevor Charles Darwin die Evolutionstheorie aufstellte, gingen sie von einer natürlichen Entstehung und rein physiologischen Regulierung des Lebens aus. Mit dreien ihrer bekanntesten Vertreter, Karl Vogt, Jakob Moleschott und Ludwig Büchner, war Feuerbach persönlich bekannt. Moleschott und Büchner beriefen sich im Materialismusstreit auch ausdrücklich auf ihn, auf Feuerbach. Für die meisten dieser Wissenschaftler gilt, was Ernst Heckel über Albrecht Rau sagte. Sie standen auf den Schultern von Ludwig Feuerbach. Wegen ihres euphorischen und bisweilen naiven Reduktionismus werden sie bis heute als Vulgärmaterialisten bezeichnet. Beim damaligen Stand der Bio- und Elementarwissenschaften hatte ihr Anspruch weitgehend den Charakter eines Postulats, das Festhalten daran leitete, für die Naturforschung des 19. Jahrhunderts jedoch einen breiten und nachhaltigen Aufschwung ein. Diese indirekte Wirkung von Feuerbachs Philosophie ist bislang relativ wenig erforscht. Die freireligiösen und freidenkerischen Bewegungen, die in den 1840er Jahren entstanden waren und im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eine breite Resonanz fanden, beriefen sich ganz unmittelbar auf Feuerbach. Karl Scholl, ein wichtiger Vertreter der Freireligiösen, war mit Feuerbach eng befreundet. Er gehörte auch zusammen mit Ludwig Büchner zu den Gründern des Ersten Deutschen Freidenkerbunds. Feuerbach zählt sicherlich auch zu den Wegbereitern der modernen Humanwissenschaften. Im Falle der freudschen Psychoanalyse ist sein Beitrag unleugbar. Max Scheler bezeichnete ihn als einen der großen Triebpsychologen und Simon Ravidovich meinte in Bezug auf Freuds Schrift »Die Zukunft einer Illusion«, hätte Freud hier seine Vorgänger aufgezählt, so hätte Feuerbach in vorderster Reihe stehen müssen. Auch Max Webers grundlegender Begriff der Deutung erinnert an das Verfahren von Feuerbachs Religionskritik. Feuerbachs Beitrag zum Entstehen dieser Wissenschaften ist sicherlich nur mittelbar. Doch alle heutigen Humanwissenschaften sind ja auch durchaus in Feuerbachs Sinne anthropologisch. Feuerbach hat damit neben anderen den Weg freigemacht für eine Erklärung menschlicher Realitäten, die von realen, objektiven Befunden ausgeht und konsensfähige Theoriemodelle entwickelt, anstatt, wie es vor ihm der Fall war, mit spekulativen Gedankengebäuden zu operieren. Insgesamt hat Feuerbach zu seiner Zeit gegen heftigste Widerstände Positionen formuliert und verfochten, die bis in die Gegenwart zunehmend an Geltung gewonnen haben. Feuerbachs Versinnlichung und Verendlichung von Hegels philosophischer Theologie ist schlechthin zum Standpunkt der Zeit geworden, auf dem wir nun alle, bewusst oder unwissend, stehen. Ehrungen und Denkmäler Zum 100. Geburtstag Feuerbachs 1904 wurde am ehemaligen Wohnhaus am Rechenberg in Nürnberg eine Bronze-Tafel des Kunstbildhauers Fritzado angebracht. Das Haus wurde jedoch 1916 abgerissen. Die Tafel jedoch wurde am 11. April 1999 auf einer Steinstele auf dem Rechenberg unweit des Feuerbach-Kinotars aufgestellt. Im Jahre 1904 gelang es allerdings noch nicht, für Feuerbach ein Denkmal zu errichten. 25 Jahre später forderten der freisinnige liberale Oberbürgermeister Dr. Hermann Luppe und viele Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Politik ein Denkmal für Feuerbach und sammelten für dessen Errichtung. Unterstützung fand es unter anderem bei Monisten, beim Deutschen Monistenbund und beim Nürnberger Bund für Geistesfreiheit, wogegen es heftigen Protest konservativer und rechtsgerichteter Kräfte der Nationalsozialisten und vor allem der Kirchen gab. Dennoch konnte gegen diesen Widerstand 1930 ein Denkmal aus privaten Mitteln erstellt und feierlich enthüllt werden. Von der Stadt Nürnberg wurde es in Eigentum und Obhut übernommen. Aber bereits drei Jahre später wurde es nach der Machtergreifung von den Nationalsozialisten unter dem Beifall der NS-Organisationen und der Großkirchen am 1. Juli 1933 zerstört. Zur Beseitigung des Denkmals wurde das Geld der Ludwig-Feuerbach-Stiftung missbraucht, die Inschriften wurden entfernt und der große Steinenblock vergraben. Am 12. Juli 1933 erklärte der nach der Verhaftung und Absetzung Luppes in das Amt des Oberbürgermeisters gelangte Willi Liebl unter anderem, auf der einen Seite trägt das Denkmal die Inschrift »Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde«. Wir sind der Auffassung, Gott schuf den Mensch nach seinem Bilde. Unter Bombenschurte wurde nach dem Krieg der Steinblock wiedergefunden. 1955 beschloss der Stadtrat mit den Stimmen der SPD gegen die Stimmen der CSU, aber auch der FDP sowie gegen heftigen Widerstand der Kirchen, das Denkmal an seinem alten Platz am Rechenberg und mit gleicher Beschriftung wieder zu errichten. Das Denkmal enthält die Widmung »Dem Freidenker Ludwig Feuerbach zum Gedächtnis 1804 bis 1872«. Auf den Längsseiten sind zwei Zitate Feuerbachs angebracht. »Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde« und »Tue das Gute um des Menschen willen«. Die Wiedererrichtung löste auch in der Bevölkerung Nürnbergs eine heftige Kontroverse aus. Gegner versuchten, mit einer letztlich erfolglosen Verfassungsbeschwerde das Denkmal wieder zu beseitigen. Wegen Übergriffen musste das Denkmal zeitweise unter Polizeischutz gestellt werden. Es wurde immer wieder von christlich oder rechtsextrem motivierten Tätern beschmiert. Ludwig Feuerbach-Preis Der Augsburger Bund für Geistesfreiheit vergibt Feuerbach zu Ehren seit 2001 den Ludwig Feuerbach-Preis. Der Artikel Ludwig Feuerbach wurde von Tim Geilus mit dem Benutzernamen »Was sind die Medien?« am 16. Januar 1913 eingesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharelike 3.0 anbordet, kann unter creativecommons.org Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org slash wiki slash ludwig unterstrich feuerbach und der Artikel findet sich dort.